Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit Fontobel. Heute sprechen wir über PayPal. Der Online-Bezahldienst will eine Aktienhandelsplattform eröffnen. Was das für den Markt bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit David Hartmann von Fontobel. Herr Hartmann, jetzt hat der US-Wirtschaftssender CNBC berichtet, dass PayPal eine Aktienhandelsplattform eröffnen will. Was würde das für den Markt bedeuten? Ja gut, wir beobachten schon seit einigen Monaten, dass der Aktienhandel vor allem bei Privatanlegern immer beliebter wird. Jetzt vor allem die Gruppe der Privatinvestoren zu nennen, die über einen verhältnismäßig geringen Kapitalvermögen verfügt. Für die ist natürlich das Angebot solcher Neo-Broker mit günstigen Transaktionsgebühren sehr verlockend. Das entwickelt sich immer mehr zu einem riesigen Markt und sicherlich möchte sich da PayPal natürlich einen gewissen Anteil von diesem Kuchen der potenziellen Umsätze sichern. Und die Chancen, die sind ja auch nicht schlecht, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass PayPal aktuell über circa 400 Millionen aktive Nutzerkonten verfügt. Da haben sie natürlich einen enormen Zugriff auf eine große Menge von potenziellen Kunden in dem Bereich. PayPal hat die Meldung jetzt weder dementiert und auch noch nicht zugestimmt. Aber nehmen wir jetzt an, PayPal setzt es wirklich um und sucht sich einen Online-Broker als Partner oder engagiert den oder übernimmt den. Wer kommt dafür in Frage? Ja, es ist in der Tat derzeit alles noch ziemlich vage, aber sicherlich einer der Wunschkandidaten könnte dort AliInvest sein. Also es ist so oder beziehungsweise dafür spricht einfach, dass mit Rich Hagen eben vergangenen Monat der ehemalige Präsident von AliInvest eben für PayPal verpflichtet werden konnte. Der war zuvor eben noch der Präsident bei diesem Unternehmen und gilt auch in der US-Broker-Branche als Veteran. Der Neo-Broker Robinhood ist ja auch Anfang des Jahres an die Börse gegangen oder im Sommer und vermeldet seitdem einige Rekorde. Wäre das ein Konkurrent für PayPal und wem würde PayPal noch Konkurrenz machen auf dem Markt? Na ja, auf dem aktuellen Niveau, auf dem sich Robinhood befindet, ist es sicherlich noch kein Konkurrent für PayPal. Da muss man sich einfach mal die Zahl der aktiven Nutzer auf beiden Plattformen anschauen. Ich erwähnte es ja vorhin schon, PayPal verfügt derzeit weltweit über 400 Millionen aktive Nutzerkonten. Bei Robinhood sind es derzeit so um die 20 Millionen aktive Nutzer. Aber sicherlich hat das Ganze natürlich dann auch das Potenzial, wenn das Wachstum von Robinhood so weitergeht, dass es sich zumindest in Zukunft natürlich zu einem enormen Konkurrenten etablieren könnte. Aktuell der größte Konkurrent von PayPal ist sicherlich Square. Und auf Square ist es derzeit auch möglich, schon Kryptowährungen, ähnlich wie bei PayPal zu handeln, aber eben auch Aktien. Und da möchte man sicherlich auch eine strategische Lücke schließen, einfach um das Angebot von Konkurrenten eben auch abdecken zu können. Jetzt steht ja noch nicht ganz fest, ob PayPal wirklich die Aktienhandelsplattform gründet und wenn, sagt CNBC, dass es auch sehr unwahrscheinlich ist, dass es noch dieses Jahr geschieht. Aber wie können Anleger sich denn jetzt bei PayPal positionieren, um auch zu profitieren? Ja, in der Tat ist es wirklich alles noch sehr vage und spekulativ. Von daher ist es wahrscheinlich auch eher ein Thema für den Hebelbereich. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass man nicht weiß, ob es denn überhaupt dazu kommen wird, dass man eben die Berichte bestätigen wird und man auch den Zeitpunkt nicht kennt, würden wir jetzt einen klassischen Optionsschein empfehlen, wenn man sich heute schon positionieren möchte. Das hat einfach den Vorteil, dass es jetzt im Gegensatz zum Produkt mit einem Knockout-Feature eben nicht passieren kann, dass das Produkt schon ausgenockt wird, wenn sie heute schon die Position eingehen und es dann erst in Zukunft zur Bestätigung der Meldung kommen wird. Wie sind die Konditionen bei einem solchen Hebelprodukt? Ja, im Endeffekt funktioniert das Produkt so oder das Schöne daran ist, dass sie eben auf steigende oder auch auf fallende Kurse setzen können und dadurch, dass das Produkt eben eine Hebelkomponente hat, können sie eben auch überproportional an der Wertentwicklung der Aktie partizipieren und wenn sie jetzt auf steigende Kurse setzen wollen, dann kaufen sie am besten einen Call-Optionsschein und wenn sie jetzt auf fallende Kurse setzen möchten, dann brauchen sie einen Put-Optionsschein. Was sind da jeweils die Vor- und die Nachteile? Ja, einer der Vorteile ist natürlich gerade in der Produktkategorie, dass sie sowohl auf steigende oder eben auch auf fallende Kurse setzen können und die Hebelkomponente, die es ihnen eben ermöglicht, mit einem geringen Kapitaleinsatz letztendlich im Verhältnis zum Direktinvestment an der Wertentwicklung bzw. an der Marktentwicklung der Aktie teilzuhaben. Der Nachteil dieser Hebelprodukte, die können natürlich auch dazu führen, wenn sich jetzt der Markt anders entwickelt, als von ihnen erwartet, kann es jetzt im schlimmsten Fall auch zum Totalausfall der Investitionen kommen. Sie gehen auch ein Währungsrisiko ein, analog wie sie es eingehen würden, wenn sie jetzt die Paypal-Aktie direkt kaufen, ganz einfach, weil sie in US-Dollar notiert und ihre Heimatwährung aber Euro ist und grundsätzlich ist es so, dass bei strukturierten Produkten eben noch das Emittentenrisiko hinzukommt. Müssen Anleger außerdem noch etwas beachten? Ja, gerade bei der Auswahl des Hebels ist es natürlich so, der Hebel wirkt in beide Richtungen, deswegen müssen sie auch darauf achten, vielleicht nicht immer den höchsten Hebel wählen, wenn sie da vielleicht doch auch so ein bisschen auf Sicherheit bedacht sind. Auf Sicherheit bedacht heißt, an welchen Anlegertyp richtet sich das Hebelprodukt? Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass Hebelprodukte doch eher was für risikoaffine Anleger sind und sich nicht so für risikoaverse Anleger eignen. David Hartmann, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Vielen Dank für Ihr Interesse, viel Spaß beim Handeln und bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik